Hey und wie geht es euch meine Performa? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Fortnite Video. In diesem Video zeige ich euch wo sich der Battle Stern von dieser Woche, also Woche 2 befindet. Vergesst nicht das Video total nur zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Für mehr Videos könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Vergesst aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Ich lasse euch das Video mit Musik laufen, da es hierzu eigentlich nicht viel zu sagen gibt. Einfach den Weg folgen und ihr seid ein BattleBuzz Level reicher. Und das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem saftigen Daumen nach oben und wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich für ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer wissen wollt, wenn ein neues Video online kommt. Teil das Video mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten und natürlich mit eurem Host-Tier. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und euren Support. Macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute. Ihr wisst was 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3